Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Steckdose richtig kindersicher machen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es auch hier wieder die verschiedensten Möglichkeiten, jedoch sind Lautexperten nicht alle wirklich sicher. Deswegen gehen wir die Einzelnen einfach mal schnell durch. Der erste Klassiker sind diese kleinen Pads hier, welche normalerweise geklebt bzw. geschraubt werden können. Das geht ganz einfach. Jedoch haben wir Lautexperten das Problem, dass die Steckdose natürlich verändert wird, da diese auch eine spezielle Dicke haben und solche normalen Stecker dann nicht mehr hundertprozentig tief in die Steckdose hineinpassen, sondern ein paar Millimeter weiter rausstehen. Wenn da jetzt zum Beispiel ein etwas größeres Gerät angeschlossen wird, haben wir einfach das Problem, dass sich hier innen drin verstärkt Wärme entwickeln kann. Und im schlimmsten Fall kann es dadurch natürlich auch sogar irgendwo etwas verschmoren bzw. eine Brandgefahr entstehen. Natürlich haben wir dann auch das Problem, die Steckdose wurde verändert und die Versicherung übernimmt das Ganze normalerweise nicht. Aus diesem Grund haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir uns spezielle Steckdosen vom Hersteller besorgen, die auch schon so einen Kinderschutz integriert haben. Da gibt es normalerweise von jedem Hersteller solche speziellen Einsätze oder aber auch wir nehmen solche speziellen Blindstopfen her. Die werden nämlich dann einfach in die Steckdose hier einmal reingegeben. Dadurch hat das Kind einfach keine Möglichkeit, an die gefährlichen zwei Löcher in unserer Steckdose zu gelangen. Die zwei Eisenteile hier sind übrigens mit dem Schutzleiter verbunden, also die kann man normalerweise ohne Gefahr einfach anlangen. Und wenn man doch einmal ein Gerät anstecken möchte, dann am besten einfach einen Stecker zur Hand nehmen. Diesen kann man jetzt etwas drehen und dadurch lässt sich nämlich dieser Einsatz auch schon ganz einfach entfernen. Zum Schluss möchte ich ihr aber noch den Tipp geben, dass du trotzdem jederzeit ein Auge auf dein Kind haben solltest, wenn die Blindstopfen zum Beispiel nicht drin sind und schon ein Stecker verwendet wird. Da das Kind natürlich den Stecker auch jederzeit wieder entfernen kann und dann doch wieder die gefährlichen Stellen in der Steckdose frei sind. Und somit haben wir auch schon eine Steckdose jetzt richtig kindersicher gemacht. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens mehrere solche Steckdosen-Sicherungen auf einmal zulegen möchtest, um etwas Geld zu sparen, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.